Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kanal MGA. Jetzt mit dem vorerst letzten Video in eigener Sache. Wer unseren Kanal jetzt schon abonniert hat oder schon länger verfolgt, der weiß ja ohnehin, dass wir bereits von Anfang an den Anspruch hatten qualitativ hochwertige Videos zu produzieren. Das bedeutet natürlich auch informativ zu sein, unterhaltsam und das Ganze noch kurz und knackig zu verpacken und auf dem Level und mit diesem Hintergedanken wollen wir jetzt den nächsten Schritt gehen und zwar schließen wir uns zusammen beziehungsweise arbeiten mit beim Airsoft YouTube Team. Ganz kurz was ist das Airsoft YouTube Team? Beim Airsoft YouTube Team werden sich mehrere Airsoft Enthusiasten zusammenschließen, sich gegenseitig unterstützen und vor allen Dingen hochwertige Videos und Filme für YouTube eben selbst produzieren. Das ganze funktioniert indem wir uns gegenseitig unterstützen. So seid ihr vielleicht eventuell auch schon auf diesem Kanal aufmerksam geworden und ein wichtiger Mitgedanke, den wir dabei verfolgen ist, ist natürlich die ganzen, ja wie sagt man, Tiddy Videos, über die wir uns so gern aufregen, aus dem Netz sozusagen gespürt werden. Die werden wir natürlich nicht löschen können oder verbieten können, aber zumindest können wir großartige Videos präsentieren und auch hochwertige Videos präsentieren und damit vielleicht auch durch die Relevanz und durch die Auffindbarkeit der Videos diese Videos von den Kiddies zumindest so weit nach unten platzieren, dass sie niemand mehr wahrnimmt. Ja, um dieses Ziel zu erreichen müssen wir jetzt etwas tun, was ich normalerweise gar nicht gerne tue. Wir müssen euch bitten, liked unsere Videos, schreibt Kommentare, fügt uns zu euren Favoriten hinzu, abonniert uns, macht uns überall in aller Munde bekannt und seht zu, dass wir halt als Nummer eins sozusagen nach oben rutschen. All dem Ganzen wollen wir ja eigentlich auch nichts verdienen. Es geht uns halt lediglich darum, unser Hobby hochwertig und vor allen Dingen professionell zu präsentieren. Wenn ihr dafür Unterstützung anbieten wolltet oder Ideen habt, schreibt uns, schreibt uns PNs, schreibt uns Kommentare, schreibt, wenn ihr aber erst auf YouTube Team mitwirken wollt. Wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis bald!